Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir auf jeden Fall weiter an der Verkabelung arbeiten, in der Erzverarbeitung. Dass wir da mal Nägel mit Köpfen machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Transformer, Medium Voltage Transformer, der schaut gut aus. Äh, das heißt, ich brauche auf jeden Fall, äh, ja, ich brauche auf jeden Fall noch Goldweier. Eigene Regeln nicht missachten. Hammer. Gut. Weiß nicht. Freue ich gar nicht. Nur viel. Mit Müll. Eins. Drei. 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 So, dann habe ich jetzt noch einen MV High Ampere Transformer. Den brauchen wir auf jeden Fall auch für die ganzen anderen schönen Dinge, die wo da unten rumfliegen. Und ich nehme jetzt da mal auch gleich mal ein bisschen Anulated Table mit. Rückbringen kann ich immer was. Kommst da mit rein. Kommst auch mit rein. Den Hopper, den wo ich da drin habe. Verdammt. Ähm. Gehe ich jetzt mal draußen hin bei den Bräunig. Okay. Das heißt, wenn wir noch ein paar Mal herkommen müssen, weil wie gesagt, das ganze Kabel wird sich jetzt alles verändern. Kleine Kabel wird insgesamt sogar, glaube ich, verschwinden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt könnte es sogar sein, dass ich das aber... Ich habe doch auch Kisten dabei, ne? Das ist schon mal hervorragend, weil dann kann ich schon alles, was ich jetzt hier dabei habe... Erstmal hier in die Kiste rein brettern. Damit wir weitermachen können. Soweit nehmen wir auch das Kabel mal herzhalber ab. Dann hätte ich gesagt, gehen wir auf jeden Fall erst mal bis hier hinten hin. Okay. Dann können wir das Kabel auch gleich wieder anschließen. Gar nicht. Ich darf die EBFs am Schluss nicht vergessen, aber ja. Das heißt, ich habe jetzt schon mal hier so weit das durch. Die EBFs sind momentan ja vom Strom... Oh, da fällt mir gerade was ein. Ich muss noch was machen. Ich muss noch HV Energy Hedges herstellen, weil das ganze Krabbel da oben muss auch weg. Weil das wollen wir ja alles in Zukunft mit HV ansteuern. Ich habe gesagt, die muss öfters hinter. Aber wir machen jetzt da schon mal... Das heißt jetzt, da kommt... Da haben wir auf jeden Fall einen HV Maserator. Dafür brauche ich Blue Alloy Wire. Okay. Das heißt, wir gehen schon mal jetzt hin. Ich brauche... Ich brauche... Noch mal 16 Stück. Isoliertes, einfaches Blue Alloy Wire. So, und in der Zeit kann ich mir mal angucken. Genau, dafür habe ich ja auch dieses Energetic Alloy Wire soweit schon mal vorbereitet, weil wie gesagt, ich brauche davon noch drei Stück. Das heißt High Voltage, ich brauche einen Assembler und ich brauche eine Magnetic Steel Rod. Dann holen wir uns mal eine. Ich brauche insgesamt sechs. Eins, zwei, zwei. Wir brauchen dann noch drei Stück. Ein. Dann hätte mir sogar... Was ich als erstes reingeschmissen habe, reicht, aber ist egal. Wie gesagt, HV Energy Hedges werden wir noch mehr brauchen. Dahin. Wie gesagt, es werden irgendwann, wenn auch hier Maschinen verschwinden, die wir sozusagen eigentlich nicht mehr verwenden. Da werden wir nur noch die größeren Einheiten behalten. Also auf jeden Fall zwei Stück als MV HV. Solange HV nicht steht, wird MV, äh, LV nicht verschwinden. So, dann hatte ich gesagt, diese Calls, die mache ich wo? Im Assembler. Circuit Nummer eins. Wohin, wohin? Mal hoffen, dass die Voltage reichen. Wenn nicht, äh, ja. Die haben wir noch. Ah, ich brauche halt zwei, ne? Dann. Ja, zwei. Dann kann ich froh sein, dass ich doch alles gemacht habe, weil das dann doch nicht gereicht hätte. Tausch. Und wie gesagt, das wird jetzt auch demnächst kommen. Dass ich dann, ah, ich sehe da, ich habe einen Sechzehner zu viel gemacht, ne? Den könnten wir eventuell da hinstellen. Oder hier. Weil das möchte ich ja auch demnächst, dass, äh, wenigstens, äh, ein Kabel immer drin hängt. Oder eine Batterie drin hängt. Das heißt, äh, da kann ich eine Maschine auch laufen lassen. Davon haben wir jetzt sechs Stück. Das ist schon mal sehr gut. Davon habe ich drei. Davon habe ich auch drei. Jetzt brauche ich auch bestimmt drei HV, HV-Gehäuse. Ja. Auch noch drei Goldkabel. Das ist ein anderes Problem, das ich, glaube ich, von innen dazu bin. Äh, die mache ich im HV-Cutting. Smooth Lens. Wafer. Logarnet Air Lens. Ich muss mal schnell. Lens, jawohl. Ja, wow. Heißt, ich brauche nicht mehr Wäfer. Äh. Das würde es nicht mehr sehen werden. Nö. Okay. Da werde ich dann HV-Cutter brauchen. Der ist aber drüben, das ist alles in Ordnung. Da rein. Und dann brauche ich jetzt natürlich 8, 16, 24. Davon erst sechs. Ah, und jetzt merkt man halt gerade. Aber die gebe ich jetzt gerne aus, weil wenn ich die ausgegeben habe, dürfte da hinten eigentlich langsam alles anfangen sauber zu laufen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch zwei Transformer Upgrades brauche. Oder Transformer brauche. Einmal von HV auf MV auf LV. Die werden auch noch wichtig werden. Da rein. Ich sehe schon wieder. Boden, Boden. Weiß ich mich auf diesen. Okay. 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 Der Laser-Engraver müsste durch sein. Hat er dran. Ja, Doug hat eigentlich einen 16er hin und keinen 8er. Doug hat eigentlich auch einen 16er hin, weil ich dann einen 12er brauche. So, so viel zu. Ich darf jetzt nur noch die noch nicht reinschmeißen, weil mir fehlt die Batterie. 80.000. Was sagen? Ach komm. Alles andere durch. So, das heißt, das ist drin und das ist drin. Okay. Das heißt, wir haben hier mal drei. Also. Back to the table. Ich habe alles mit. Halt. Back to the table. Ich habe alles mit. Ich habe alles mit. Da kann ich auch die Lithium-Batterie raus tun. Hier rein machen. Das heißt, dann wird ihr auch gleich mal laden. Dann hätte ich gesagt. Freude. Mach da gleich was. Weil ich weiß. Da sind acht Batterien drin. Da sind acht Batterien drin. Ein, zwei, vier. Ab in die Erzverarbeitung. Mal. Ich habe halt soes Risiko, dass wir die decayen können. Volle Batterien. Freude. Auch rein. Und da die nächste. Fünf. Auf. 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 Ah, sind sie komplett angeschlossen also das heißt, die produzieren auch schon Strom in meinem Fall Pollution Albers Langsam aber sicher anfangen ihn aufzubauen beziehungsweise in der Ravennerie abbauen weit zu gut Wie gesagt, ich bin momentan also ich werde beim Ohrwasher werde ich auf jeden Fall erst mal das normale Wasser verwenden aber dafür brauche ich auch dann die großen Pipes habe ich jetzt zweifach Kabel genommen da reicht mir sogar ein einfach nein, wobei, nein, stimmt nicht doch zweifach HV ist vier das heißt, ich hätte nur vier gebraucht und nicht acht weil das Kabel hat ja genügend Strom geliefert an beide Energy Hatches das heißt, ich brauche immer nur zwei nicht vier glaube ich weil, wenn ich viel gebraucht hätte hätte mir das Kabel weggerissen das fällt mir gerade so auf wir reißen jetzt da mal das gesamte Kabel raus abend, das heißt, ich brauche mal schnell mal erfolgs erfolgs kann ich mittig einsetzen und jetzt werde ich die hoffentlich auch so aufbauen können dass auch alle vier EBFs laufen können so, eigentlich alle, die wo geteilt sind herausrüpfen kann ich sie alle sie werden nun erstmal nicht mehr funktionieren das heißt, du kommst da her du kommst da her du kommst da her ich brauche jetzt eins, zwei, drei, vier auf Machine Casing nochmal 1, 2, 3, 2, 1 ja 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 Und das heißt, wir machen schon mal die hinteren dicht. ... Genau. Jetzt ist der nämlich zu. Und den habe ich. Doch, nee. Das ist jetzt genau der. Der ist jetzt der. Der ist jetzt der. Da ist er der Tank. Das heißt, da kann ich auch gleich aufmachen. Und den werden wir sogar schon mal nicht mehr brauchen. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal auf jeden Fall. Ich habe einen guten Aufbau. Das heißt, ich muss jetzt mit meinem Kabel bis zu dem Punkt hier hingehen. Ähm. Bam, 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 bam. Ich brauche einfache Blu-Aloi und ich brauche acht Blu-Aloi. So, okay. So, klar, auch gleich die Batterie raus. Brauchen wir nicht mehr. Ah! Da ist zwar ein Fail. Jeder hat es gesehen. Okay. Ich brauche hier die Batterie raus. Nein. So, ich habe nochmal zwei HV-Batterien. Das heißt, wir sind jetzt schon mal bei zwölf. Das heißt, uns fehlen jetzt eigentlich nur noch vier Stück. Okay. Okay. Das ist nicht mehr dran. Ja, weil ich momentan noch nicht weiß, wie es braucht, wo es braucht, warum es braucht. Dann kann ich jetzt schon mal auf jeden Fall dieses Kabel auch wieder anschließen. Heißt, äh, der ist auf jeden Fall auch dran. So, und jetzt habe ich hier einen HV-High-Ampere-Transformer. So, und wie mache ich den jetzt am schlimmsten? Irgendwie wäre es doch lustig, wenn ich den daher anschließe. Das heißt, das heißt, ich brauche jetzt noch zwei Achter. So, das heißt, du gehst da rein. Dann kann ich nämlich mit dem einen hier entlang gehen. Da brauche ich ja, ich habe acht Maschinen angeschickt. Ich will acht Maschinen anschließen. Das heißt, ich gehe mit da hin. Ich denke mir gerade, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, dass ich eine Gewicht kriege? Ich habe mit Soundcraft rumgespielt. Auch so schlimm. So, ähm, das heißt jetzt aber, äh, ich möchte das nicht nur da dran haben. Ha, verdammt. Ich habe zu schnell die Batterien weggeräumt. Habe ich High Voltage Battery Buffer, jawohl. Der kommt hier hin. Genau, vor allem High Voltage. Nein. Medium Voltage, bitte. Das ist der Neuner. Das heißt, hier müssen wir nochmal einen bauen. Mir reicht es aber momentan, wenn ich da erstmal eine Batterie reinmache. Ich habe auch momentan nur einen Ohrwasher oben dran hängen. Ist dann egal. So, und dann heißt es jetzt, du kommst jetzt dann da hin. Und schließt den an. So. Hehehehe. Sehr schön. Hervorragend. Ähm, das heißt, Barbe kann ich auf jeden Fall wegmachen. In der Linie wird es definitiv nicht bleiben. Dann hätte ich gesagt. Äh, ja, muss ich jetzt gucken, ob ich ein Medium Battery aber hab mit 8. Low habe ich, aber kein Medium, hä? Gut. So. Ähm. Das hab ich. Dann hab ich den jetzt auch dabei. Äh, das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall Ja, genau. Äh, EBS. EBS. Äh, das heißt, das hab ich, das hab ich. Ich wollte jetzt noch, genau, vielleicht hier noch einen MV, einen Medium Voltage Battery Buffer. Ha! Haben wir doch. Haben wir doch. Heißt jetzt eigentlich da Ähm, dann muss ich dich ja sowieso so rum anschließen. Und drückst du da einen kleinen Sturm rum. Passt. Passt. Dann hab ich jetzt dann hier mein Kabel. Ach, dann. Ne, du bist ein Vierer. Vierer wäre ganz blöde Idee. Ja. Los, ich hab kein 8er mehr. Ja, 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 ja. Ein gesamtes 8er Kabel weg. Nicht gut. Ah. Nur blind. Gut. Blind sein ist nicht schlimm. So. Haben wir ja. Ne. Hei-Ampf. Transformer. Doch. Passt. Keine. Ja, Profit. Das hast du richtig erkannt. Müsste ich alle EBFs haben. Jetzt müssten die auch gleich grün werden. Jawollinger. So, das heißt, ich habe jetzt hier einen, zwei. Das heißt, ich brauche hier auch. Ich brauche hier auch mehr einzelner Kabel noch. Äh. Waps. Ich brauche eins, zwei, drei, vier. Hier. Ich brauche hier, acht. Du wirst auf jeden Fall zu... Ne. Du wirst wieder aufgemacht, weil ich doof bin. Weil da kommt ja das Kabel hin. Da kommt Strom hin. Wenn ich... Wenn ich... Au. Das heißt, da kommt jetzt ein einzelnes hin. Dann mache ich da gleich... Ich mache da auch gleich ein zweier hin. Weil da habe ich noch ein paar. Als ich da mal nämlich dann e.v. draus mache. Bis ich das ganze e.v. Ja, wobei... Aus dem... Aus dem Main-TZ. Sofmaschinen-Racing. Ne. Da mache ich doch eins hin. Heißt, nur die hinteren werden gepowert, die vorderen nicht. Das heißt, wir müssen noch mal schnell in die Werkstatt. Ich habe jetzt gesagt, die braucht drei Minimum. Drei Stück pro EBF. Also drei, sechs, neun, wölf. Ich hoffe, dass ich den letzten Rest noch mit dem 1er Kabel machen kann. Beziehungsweise... Nein. Da nehme ich dann das 2er Kabel. Beziehungsweise vielleicht sogar das... Weiß ich gar nicht. Habe ich einen Flierer? Kein außersehen isoliert. Da habe ich drei Stück. Ich komme nicht weit. Weil die EBFs muss ich natürlich auch anschließen. Wie gesagt, ein 1er... Ein 1er Kabel. Ich könnte es natürlich anders machen. Ich könnte jetzt nach unten gehen und auch mit dem einen dann immer rüber. Ja, dann werden wir sehen. Und dann mit dem 2er runter. Dann habe ich einen 2er und einen 2er. Das sind dann... Ja, richtig. Das sind dann vier. Und dann komme ich jetzt auf jeden Fall noch mal vom zweiten EBF dann halt auch mit dem 2er runter. Weil wie gesagt, kann ich ja immer noch auf IV hochswitchen. Aber wie gesagt, da muss dann ein HV-Battery-Buffer mit 8 Batterien dort sein, dass ich den wieder hochpumpe. Gehre nicht. Dann hier hin. Genau. Ich gehe auf der einen Seite rauf und auf der anderen Seite runter. So, das heißt jetzt, ich könnte jetzt dann... Ja, ich könnte nicht... nicht nur, sondern ich mache das auch so. Das ist hervorragend. Ich muss ja auch wieder runter. Kommt dann da. Aber das heißt, ich brauche ein paar Steine. Das heißt, wir holen uns schnell aus Lager. Packung Kabel. Ich würde gerne die Verkabelung heute noch schaffen. Das wird langsam knapp. Und du bist ein Cobblestone with dark panel. Noch mal 10 Stück. Dark panel. Das heißt, du darfst dahin. Dahin. Du darfst dahin. Äh. Doch, Main-Tel-Satch. Du darfst dahin. Input was. Äh. Das ist oben. Auch oben. So. So. Weg machen. So. Dann kann ich jetzt dann doch hier den Stein hin machen und den Stein hin machen. habe ich jetzt noch den Dirt. Den kann ich dann nämlich auch zumachen. Dann habe ich ja noch gerade genau machen will. Auf jeden Fall fertig. Ohmkabel hin. Hin. Input. Dann machen wir nämlich auch dieses Spiel hier. Dann machen wir nämlich auch alles dicht. Okay. da muss ich eben adden direkt auch F-Holz abbauen haben hier schon mal das das heißt ich brauche auf jeden Fall noch mehr Steine weil das kann man dicht machen hier das Kabel wird auf jeden Fall auch anders verlegt dieses hier das wird geradeaus weitergehen und wir dann hier einen Bogen machen das heißt ich habe jetzt hier mein Kabel ich komme jetzt dann hier mit einem Zweier an Kabel erst mal hier drüber und das auch hier anschließen brauche ich dann davon nochmal Zweier Zweier Kabel und dann brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1 8, 9, 10, 11, 4er Kabel die machen wir gleich also was habe ich gesagt ich habe gesagt 2, 2er brauchen wir noch dann habe ich gesagt wir brauchen 11, 4er also ich habe 8 ich habe 9, ich habe 10 eigentlich stimmt verarbeitung und wir haben hier auch noch unsere fermente biomasse zellen das heißt die haben die quest haben auch gleich erledigt so etanol etanol der burn value of 192.000 eu per cell can be used to make biodiesel and other fluids genau vor allem diese außer fluids interessieren mich dann und da kann ich das halt in der distillery machen verwendet linksbombs und da etanol raus machen ich weiß wenn ich jetzt eins zu eins gemacht hätte beziehungsweise nein das können wir schnell mal ausrechnen wir haben ja dadurch dass mir wir machen wir machen wir schnell wir machen schnell mal ein rechenexempel und zwar wenn wir einen plantball bekommen also es heißt ich habe jetzt einen stack plantball heißt es ich habe 64 plantballs und 64 plantballs ergeben 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 ich gebe mich genau so biomasse ergeben 180 also ist gleich 100 ist gleich 180 entspricht so 64 mal 180 entspricht 11.520 von dem von der biomass was wir verarbeiten können so wenn wir jetzt aber 64 biomasse also plantballs haben 0 laden so heißt ich habe ich bekomme 64 zur biochaff raus weil wie gesagt man kriegt ja die unterkategorie 2 und davon aus zwei blau balls ergeben zwei von den anderen ergeben zwei biomasse also das heißt ich habe dann 64 biochaff und biochaff ergibt 1500 meter meter ne tschuldigung was war denn das kann ich im pyrolyse doch das war ein fermenter 1 zu 1 nein dann ist es ja okay doch ich bekomme nein ich bekomme 750 raus 750 das war's von dem zeug komme ich mit in der brewing machine mit 750 watt 750 biomasse raus und das geht dann 1 zu 1 weiter so das sind jetzt dann aber 64 mal 750 es sind dann 48.000 jawohl ich kriege mal wieder meine wenen ok das heißt ich habe jetzt dann aus meiner ich brauche 40 liter biomasse um 20 liter etanol rauszukriegen also es heißt 11.520 geteilt durch 40 ergibt 20 bis 188 ja also 288 und das dann mal muss ungefähr die hälfte rauskommen ja genau ist gleich ungefähr 5760 liter etanol auf diesem weg wie gesagt ich bin das ich habe das noch nie vorher ausgerechnet ich habe auch noch nie diesen weg hier eingeschlagen so da brauche ich jetzt aber 1000 liter habe aber auch 48 also das heißt 48 geht 1000 durch 1000 ergibt nach allem richtig 48 mal 150 ja dann lohnt sich das mehr weil da haben wir 7200 liter etanol und wir haben noch diesen schönen fertilizer den wir dann auch noch entweder zu humus zu dem anderen fertilizer oder zu dem da zusammen mixen können oder zum flüssigen fertilizer oder 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 genau das heißt das ist auf jeden fall bessere weg den werden wir auch so einschlagen ja ich habe gesagt nicht umsonst ich will das zeug noch anschließen dass wir in der nächsten folge nämlich dann oben weitermachen dass wir dann auch mal schauen dass wir die ganzen sachen aufräumen so dann heißt es jetzt nämlich dieses dieses beyer kabel dahin und ich schließe es da an dann habe ich ja vierer kabel ergeben 8 ja ich habe hier ja genau da kommen zwei da habe ich ja zwei hv drauf da habe ich auch zwei hv drauf das ist nicht gut dass ich das dann so habe da kommen eventuell auch noch mal zwei hv drauf dann wenn schon sechs und jetzt habe ich natürlich dann hundertprozentig ein kabel zu wenig ein habe ich nicht und ja ich habe leider recht gehabt da ist das kabel verreckt mit zwei hv hier runter und dann werden das hier vier wenn ich jetzt da natürlich ein hv battery buffer hin gepackt hätte ich habe das kabel weg heißt wir müssen auf jeden fall noch mehr kabel machen ich brauche ich dir in 6 oder ich muss jetzt nach der kabel dahin klatschen heißt ich muss mir auf jeden fall noch mal das heißt das 1er kabel muss ich jetzt noch mal machen was ich jetzt da oben verbrannt habe ist daher das heißt ich brauche noch mal 2 1 noch mal hat doch noch da schon mein feld mit eingerechnet aber dieser fehl ist in ordnung er macht okay also wie gesagt da kommen jetzt zwei hv in diesem hv kabel kommen mit drei ich habe ich jetzt kein 1 mehr habe ich ja dahin dahin ich brauche mal schnell elektronik elektronik das da sein auch nur drei kabel auf die tür aus zwei nach vier aus vier andere kabel hätte das zweier kabel nämlich von eine hätte das schon das vierer kabel hin machen müssen alles natürlich sein dass ich es leider nicht anschließen kann weil ich zu wenig achterkabel habe das ist ja gut das ist ja gut dann habe ich jetzt jeder kabel hin aber es ist natürlich kein zweier kabel mehr oder als die bau ist noch 1 2 3 8 1 2 erst mal noch machen ich habe es gesagt gemacht haben habe ich gesagt ich brauche ein zweier das haben wir gleich als erstes 3 8 1 du brennst mir wieder ab nur langsam die befürchtung dass mir dann irgendwas anders abbrennt ja aber das können wir wenn man dann wieder soweit sind oder auch mal kabel dann haben wieder machen also sobald wir das titan kabel verlegen unten wie gesagt das wird ja auch peu a peu dann kommen dann müssen wir erst mal auf dem mond gewesen sein ich weiß du kommst jetzt daher und ist da rein du gehst jetzt daher und mein kabel ist da geblieben wo es war perfekt habe ich jetzt daher da noch ein kabel so aber und ich habe definitiv recht wenn ich jetzt hier in 8 ich habe 8 batterien drin in 2hv ich habe hier irgendwann 8 batterien drin sind auch 2hv dann habe ich hier nochmal 1 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 bis jetzt habe ich zwölf stück das heißt ich kann noch vier anschließen sonst muss ich dieses kabel hier austauschen da brauche ich ein 16 kabel oder einen zweiten strang aber ich müsste jetzt die komplette verkabelung hier unten fertig haben das heißt wir können beim nächsten mal dann oben anfangen die ärzte zu verbessern das heißt wenn ihr noch anregungen tipps tricks habt dann schreibt mir doch in die kommentare wenn euch die folge gefallen hat lasst mir einen daumen nach oben da und wir sehen uns dann wieder das nächste mal bis dahin ciao